Mein Name ist Ingo Hinrichsen. Ich bin seit 2013 bei DREGA. Ich arbeite in der Vertriebsregion Nordost als Verkaufsberater Industrie. Das Xplore 8000 ist ein Gebläsefiltergerät, was mir ermöglicht, komfortabel über einen längeren Zeitraum mich in kontaminierten Bereichen aufzuhalten. Klassischerweise werden diese Geräte in Industrie eingesetzt. Im Krankenhaus haben wir dieselben Faktoren wie auch in der Industrie. Durch die hohe Belastung der Aerosole, durch das Covid-19, sind die Mitarbeiter im Pflegedienst einer Gefahr ausgesetzt und durch das Gebläsefiltergerät habe ich halt eine längere Tragezeit, ohne den Mitarbeiter stärker zu belasten. Aufgrund der Tatsache, dass DREGA schon einen Namen in den Krankenhäusern hat, was für uns natürlich nicht so schwer, Termine bzw. Kontakt zu ermöglichen. Sie haben uns relativ schnell signalisiert, dass genau diese Geräte das Richtige für Ihren Einsatz wären. Das hat mich ein Stück weit stolz gemacht, auch wenn ich nicht aus dem Bereich der Medizintechnik komme. Aber für mich war es relativ gleich, ob ich aus der Sicherheitstechnik oder der DREGA Medizintechnik komme. Letztendlich sind wir alle dafür da, um Technik für das Leben anzubieten.